Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist unser Missionsziel schon außer Reichweite? Leider ist die Kapsel mit unserem geliebten Demsee gerade an Bord der Rakete und unterwegs zum Mond. Landeplattform aktiviert. Nach dem Kauen. Dann spucke ich auf die Gräber meiner Feinde. Adlerhorst, hier Griffins Station. Bitte kommen. Hier spricht Adlerhorst. Ende. Richthofen? Sind Sie das? Als wir nichts mehr von Ihnen hörten, sind wir vom Schlimmsten ausgegangen. Keine Sorge, Dr. Groff. Ich bin's, Edward. Berichte vom Riesen über mein Ableben sind... ...fingerhaft. Wir müssen uns mehr Munition sichern. Ich brauche Munition, um meine Mission fortzusetzen. Ich weiß, dass die Geister mich bald segnen werden. Esterkill! Viele Dinge verschwinden in einem Augenblick. Zu viele. Mögest du auf alle Ewigkeit verdammt sein! Dein Verritte, dieser Dr. Maxis. Warum hat er uns hierher gebracht? Ich war hier schon mal. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen die Rakete wieder zur Erde bringen, ganz gleich mit welchen Mitteln. Kommt nur her! Ich war noch euch! Du bist nicht der Erste! Und nicht der Letzte! Wir bringen die Rakete wieder zurück. Was ist mit dem Demsie, der in der Kapsel ist? Überlass das mir. Vertrau mir. Ich bin Arzt. Ich habe geschickte Hände. Besonders, wenn ich eine Waffe halte. Keine Munition! So kann mein Leben nicht enden! Dieser Raum ist rastlos. Er will, dass wir die Mission beenden. Aber warum? Du solltest mich fürchten! Scheine! Ich will nicht undankbar erscheinen. Auch wenn ich es bin. Adlerhorst, hier Griffin Station. Wir haben Neuigkeiten. Ende! Dr. Graf, haben Sie Fortschritte gemacht? Ja, Doktor. Die Maschine ist bereit und wartet auf die Leitung. Ich werde mit Operation Schild fortfahren und bald zu Ihnen stützen. Sicherheitsprotokoll 935. Äh, eigentlich nicht. Maxis und seine Tochter sind kein Problem mehr. Es scheint, als wollten uns andere Seelen kontaktieren. Lass mich in Ruhe! Keine Kugeln? Wie ist das passiert? Ich war doch sparsam! Maximale Munition! Geh mal, eine Hand! Bist Gott! Errichte ich eine Wand aus Stahl. Ich weiß, dass ich später etwas weitaus Überlegenderes finden werde. Die Geister hier sind jastlos. Bequält vom Werk unserer Finde. Richtofen! Die Übertragungen sind beunruhigend. Was geht da noch vor sich? Da unten! Es scheint, das Gebiet ist nicht länger sicher. Bringt mir Ihre Seelen! Geist! 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 Ich habe Wichtigeres zu tun, als um Zimmel zu werden. Ich werde es auch umsonst tun. Alles! Geld! Der ist gesättigt. Und wo ist jetzt dieser Bogen? Ich werde es auch umsonst tun. Ich werde es auch umsonst tun. Ich werde es auch umsonst tun. Die Falle hat zugeschnappt, wie geplant. Wann willst du mir von der Nachricht des Kaisers erzählen, wenn nicht jetzt? Bald, mein Freund. Aber jetzt muss ich mich auf dem See konzentrieren. Er hat keine Ahnung, was ihm bald wieder fahren wird. Ich spreche nochmal die Regeln, aber anfassen ist trotzdem nicht. Ich muss nicht mal richtig zielen. Ich muss nicht mal richtig zielen. Das war's für heute wie vier. Das war's für heute. Und ich habe nichts mit meinem Kopf geprüft. Das soll auch deines sein. Teleportation erfolgreich. Ich fürchte, Richtofen verheimlicht uns viel. Ich halte deinen Kopf für überflüssig. Solange ich leide, leidet ihr mit mir. Verzaust du mir, Deutscher? Ich verachte dich genauso wie die anderen. Landeplattform aktiviert. Wenn ich ehrlich bin, liegt es an deiner irrationalen Verpflichtung, immer ehrenhaft zu handeln, die mich dir vertragen lässt, Takeo. Wenigstens hat Dr. Groff endlich die richtigen Koordinaten eingegeben. Ich hörte, es gab ein paar Zwischenfälle. Oh Mann! Vertraue und danke dir! Der Pfarrer findet sein Ziel. Das tut er immer. Es wird Zeit, die Höllenhorde umzumähen. Ich sehe Chaos in deinen Augen, Deutscher. Aber trotzdem sehe ich auch Stille in deine Seele. Trotz allem, was noch vor uns liegt, habe ich keine Angst, Takeo. Ich weiß, was geschehen wird. Dieses Wissen verleiht mir Frieden. In Stackel! Ein bisschen. Maximale Munition! Manal! Verliert hier gleich sein Leben! Mein Schicksal bringt in den Händen meiner Verbündeten. Ich muss mir eine vorteilhaftere Position auf dem Schlagfeld suchen. Geist! Bis zum nächsten Mal. Geht! 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 Genau wie die Kiste scheinen uns die Maschinen überall hinzufolgen. Erforsche dein tiefstes Inneres, Takeo. Sag mir, was du willst. Was dein Herz begehrt. Ich wünsche nur, mich vor den Augen des Kaisers als ehrenhaft zu erweisen. Geht! 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 Ich bin Arzt. Das war mir als eine Injektion. Doppelte Punkte! Takeo muss nicht bezahlt werden, um diese Dämonen zu eliminieren. Er ist dankbar. Seine Panzerung wird ihm nichts lösen! Ich bin Arzt. 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 Ich bin Arzt.